Ich bin momentan leider wieder etwas erkältet, aber das ist für mich kein Grund, nicht früh aufzustehen. Mein Wecker ging wieder extrem früh, obwohl ich frei hatte. Ich bin da irgendwie so dran gewöhnt, dass ich gar nicht mehr ausschlafen kann. Ich habe dann den ganzen Vormittag beim Arzt verbracht und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich mir eine schöne Selfcare-Dusche gegönnt. Ich finde, wenn man krank ist, gibt es nichts Schöneres. Anschließend musste ich natürlich auch noch ein bisschen Haushalt machen. Ich habe die Waschmaschine angestellt und anschließend die Toiletten gereinigt. Die mussten eigentlich gar nicht gereinigt werden. Ich hatte nur so ein neues Pulver für die Toiletten, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Nachdem ich im Haushalt alles fertig hatte, habe ich mir eine schöne Gemüsesuppe gekocht, damit das Immunsystem wieder auf Vordermann kommt. Mir hilft es immer super und die war auch wirklich sehr lecker. Nachdem ich fertig gegessen hatte, waren meine Haare auch schon fast trocken, deswegen konnte ich mir meine Overnight Curls machen. Es war zwar noch nicht mal abends, aber egal. Danach ging es dann auch schon wieder in mein Bett. Bye!